So, wir sind wieder da bei The Legend of Zelda Link to the Past und wir machen hier noch immer die Teile kaputt, während unser Schild uns nicht ganz so schützt, wie ich es wollte, aber es schützt uns eigentlich nur, ähm, ich hatte gerade etwas in der Hand, cool, cool, das wolltet ihr wissen, ich weiss, gut, ähm, wir gehen hier nicht längs, und das Herz, damit es nicht so dumm blinkt, äh, blinkt, obwohl es nicht nur blinkt, werden unsichtbar, laufen hier durch, ha ha ha, ja, wir sind hier sichtbar, haben uns das Teil, und was machen wir jetzt, jetzt gehen wir nach unten, denn hier ist nämlich, ähm, vielleicht etwas, vielleicht aber auch nicht, hier ist etwas, eine Tür auf jeden Fall, und wir werden getroffen, hooray, so, und hier ist, äh, wieder was ganz tolles, nehmen wir einen Schlüssel und wir gehen hier durch, Ich muss wahrscheinlich die Fackeln anzünden, damit irgendetwas passiert, zack, zack, oh, fack, zack, und zack, nein, 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 ok, komm bitte, für das reicht es doch, ja, es reicht dafür, aber wir sind tot, wir haben zum Glück noch ein paar Feen, und hier haben wir einen Kompass, cool, gehen wir weiter, wir haben keine Magie mehr, merke ich gerade, Magie wäre aber eigentlich ganz cool, finde ich, was los, Komm jetzt, komm, stirbt, ja, danke, zack, ha ha, Bombe hier, und Bombe hier, nichts, nichts, super, wo gehen wir jetzt hin, ähm, nach links kann ich wieder, nichts, scheisse, Boah, gut, gehen wir hier runter wieder, hier längst wieder, und jetzt hier nach unten, Denn hier ist auch etwas ganz tolles vielleicht, Zum Beispiel dieser Kristall hier, und ähm, das dort, hier, sehr gut, ausgewichen, und wieder runter, Na, zum greifen nah und doch so fern, Danke, Spiel, danke, 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 du wirst mich nur ärgern, so, du bist knapp an der Kiste vorbeigeschlittert, du dummer fucker, he he, Jetzt muss ich die Teile doch nicht etwa wieder anzünden, nein, keine Lust, ich gehe nach unten, denn hier unten erwartet uns, nehme ich etwas, hoffentlich, etwas Brauchbares, ja, Magie, wir haben wieder Magie, gut, 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 ähm, so, 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 Und, zack, 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 stirb, so, 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 und, so, gut, äh, ja, die müssen wir vielleicht, anzünden, oder? Aber mit der Sparflamme denn... die verbraucht weniger Magie. So nett. Ja mach teuer Pokus pokus erstmal. So. Hätten wir das? Und, hätten wir das auch. Ja, du bist wieder weg. Und ... brrrrrrrrrrrum dum 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 dum, ram dam dam dam! Es bebt und es wackelt und was passiert. Was passiert, bitte? Ah, wieso dauert das immer so lange? Cool, irgendwo ist vielleicht irgendwas freigeschaltet worden. Hier nicht, vielleicht hier rechts. Schauen wir mal nach. Nein, sieht nicht so aus. Volker, ich bin es. Zünde vier Fackeln an um den Weg öffnen. Ah, ich hab doch vier Fackeln angezündet. Muss ich hier runter? Nee, wenn es schwarz ist, dann zählt es irgendwie nicht, dass dort ein Weg ist. Vielleicht muss ich die töten erstmal. Also, wir warten wieder, bis die auftauchen. Oh, es taucht auf. So, ja, wieder vier. Ist klar, okay, wir müssen die nicht töten. Vielleicht muss ich wirklich hier runter. Ja, sehr gut, wir haben den grossen Schlüssel. Cool, cool. Haaa. Obwohl ich hier einfach nur blind herum irre, scheine ich doch irgendwie das Richtige zu machen. Also, ich hoffe es zumindest. Ja, hier sind ziemlich viele Teleporter, wie ihr seht. Und, Moment, ich will wieder ein paar Feen haben. Und, Moment. Oh, ja, trifft dann. Okay, Konzentration. So. Erstmal den, dann. Nein. Den. Nein. Nein. Ich wollte nicht, dass ich sie aufesse. Ja, super. Nein. Hör doch auf. Ah, fuck. Ja, wir sind ein Hase. Wie lange dauert das, bis wir wieder... So, wir sind wieder normal. Und wir töten dich nicht. Denn wir lassen dich am Leben. Jetzt töten wir dich. So, und hier rauf. Ich hab bestimmt irgendetwas vergessen bis jetzt. Aber das kümmert mich nicht. Denn, irgendwie... Ach, das gibt mir gerade Freude. Moment. Tauchen die Teile wieder auf? Ja, sehr gut. So, Moment. Jetzt wieder aufpassen. Nicht, dass ich es wieder fresse. Gut. Ähm, zack. Ja, in die Flasche mit dir. Wir... Wir... Wir stehlen wieder eine Fee. Wir klauen ihr Leben. Und... Wir brauchen noch eine Fee. Gut. Ähm... Dazu haben wir noch mehr magisches Pulver, dass wir erstmal... Da... Ziemlich... Verschwenden. Aber jetzt... Treffen wir. Und... Ja, wir haben wieder drei Feen. Gut, gut, gut. So, jetzt hier runter. Moment. Ich nehme wieder... den Boomerang. Und wir laufen hier entlang. Und... Hier ist was Tolles. Nämlich Dunkelheit. Dunkelheit der Freunde des Fokkas. Genauso wie Wasser. Weiss man doch. Bevor wir durch die Tür gehen, schaue ich mich erstmal hier rum. Denn hier ist noch ein Schalter. Okay, den Schalter kann ich nur betätigen, wenn ich wieder... etwas drauf lege. Aber keine Lust jetzt etwas drauf zu legen, denn... Ich will erstmal durch diese Tür hier durch. Hier sind ganz, ganz viele Diamanten. Und... mehr auch nicht. Irgendwie... Tatsächlich. Aber es sieht ganz so aus, als ob wir den ganzen oberen Teil schon erkundet haben. Es sieht toll aus. Es sieht irgendwie extrem kompliziert aus, aber ich habe es irgendwie geschafft. So. Nein, fuck. Wir müssen irgendwas draufwerfen. Gut, schauen wir oben, ob etwas da ist, um es draufzuwerfen. Nein. Irgendwie... Oh. Fuck. Irgendwie nicht. Ähm. Hier. Pfff, ist nichts. Hier. 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 Nein. Gut, wo muss ich jetzt hin? Nein. Äh. Keine Ahnung. Dort rechts sieht ganz gut aus. Gut, gehen wir nach rechts. Nein. Erstmal... Erstmal lassen wir uns wieder treffen. Und jetzt gehen wir nach rechts. Hier. Gehen wir jetzt. Wohin? Wir gehen nach... Äh. Dort ist der Boss. Aber es fehlt gar keine Tür zum Boss. Wir gehen hier nach unten. Erstmal. Gut. Ähm. War super. Jetzt dass wir uns treffen. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Und... Wir sehen jetzt mal den Typen. Ah. Magie. Moment. Haha. So. Geschafft. Und... Oh. Cool. Hier ist eine Truhe. Und hier ist eine Karte. Und... Die Karte... Hilft uns vielleicht weiter. Doch. Dort links ist etwas. Wir kommen aber nur mit dem Teleporter hin. Jetzt müssen wir erst mal... Hier können wir nicht nur... Hier runter vielleicht. Wieder rauf. Und ähm... Moment. Sehr gut. Nein, nicht ganz voll. Aber... Wieder ein bisschen aufgefüllt. Das... Moment. Jetzt müssen wir rennen. Jetzt müssen wir ganz bestimmt rennen. So. Rüber. Und... Bam. Geschafft. Yeah. Yes, yes, yes. Wir haben den... Äh... Sumaria-Stab. Er wird dir sehr nützlich sein, wenn du... Glück einsetzt. Aha. Okay. Egal. Wir haben es geschafft. Und wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ich habe es irgendwie geschafft. Yes. Bis dann, Leute. Man... Jetzt. Ja. Man sieht sich. Eine 1M